Erster Redner nach Ende der Berichterstattung, das ist Johann Ertl von der FPÖ aus Niederösterreich. Ich darf zu diesem Tagesordnungspunkt den Herrn Staatssekretär Andreas Schieder herzlich begrüßen. Wir gehen in die Debatte ein. Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort gemeldet ist der Herr Bundesrat Johann Ertl. Bitte, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Staatssekretär. Die Doppelbesteuerung ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen zwei Staaten. Darin wird geregelt, in welchem Umfang die Vertragsstaaten das Besteuerungsrecht für die in ihrem Hoheitsgebiet erzielten Einkünfte zusteht. Eine Doppelbesteuerung soll vermeiden, dass natürliche Personen oder juristische Personen, die in beiden Staaten Einkünfte erzielen, auch in beiden Staaten also doppelt besteuert werden. Zur Besteuerung werden vier Prinzipien herangezogen. Das Wohnsitzlandprinzip, das Quellenlandprinzip, das Welteinkommensprinzip und das Territorialprinzip. Das Wohnsitzlandprinzip, eine Person ist in jenem Staat steuerpflichtig, in dem es ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das Quellenlandprinzip, eine Person ist in dem Staat steuerpflichtig, aus dem ihr Einkommen stammt. Das Welteinkommensprinzip, der Steuerpflichtige wird mit seinem Welteinkommen besteuert. Und das Territorialprinzip, der Steuerpflichtige wird nur mit dem Einkommen veranlagt, das er auf dem Territorium des betreffenden Staates erwirtschaftet hat. Um die einzelnen Mitgliedstaaten bei der Abfassung der Abkommen zu unterstützen und damit auch die Doppelbesteueraufkommen zu vermeiden, werden von der OECD in regelmäßigen Abständen Musterabkommen erarbeitet. Die Bemühungen der OECD gipfelten dann in eine Änderung dieser Musterabkommen, wonach eine Auskunftserteilung nicht verwehrt werden darf, weil sich die erbetene Information im Besitz einer Bank befindet. Und damit wurde das Bankgeheimnis in Österreich zumindest für Ausländer aufgeweicht. Das Auskunftsersuchen der ausländischen Finanzbehörde richtet sich an die österreichische Abgabenbehörde. Diese hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Auskunftserteilung vorliegen. Eine Auskunftspflicht bestätet wird dann nicht, wenn der anfragende Staat seine innerstaatliche Ermittlungsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft hat oder selbst keine Auskünfte erteilt. Ich frage mich, wie ein Staat einen anderen Staat hier kontrollieren kann. Konkret bedeutet das, dass insbesondere ausländische Kunden von österreichischen Banken damit rechnen müssen, dass Banken Informationen infolge des Ersuchens um Amtshilfe ausländischer Doppelbesteuerungsauskunftspartnerstaaten für Steuerzwecke zur Verfügung gestellt werden müssen. Umgekehrt erhält nunmehr auch Österreich die Möglichkeit, seinerzeit Bankenauskünfte über ausländische Steuerverwaltungen nachzufragen. Ich frage mich, wer da einen Vorteil hat. Welcher Staat? In den letzten Jahren hat sich der Druck aus dem Ausland auf das österreichische Bankgeheimnis stetig erhöht. Vorläufiger Höhepunkt war, als die OECD drohte, Österreich auf die schwarze Liste der Steueroasen zu setzen, falls wir diese Grundsätze nicht übernehmen. Die Freiheitliche Partei bekennt sich zum Doppelsteuerabkommen, wie diese im Jahre 2000 vereinbart wurde. Diese Abkommen haben über elf Jahre gehalten und es hat keine Probleme gegeben. Durch die OECD wurde gewaltiger Druck auf Österreich ausgeübt und damit wurde auch erreicht, dass das Bankgeheimnis in Österreich zumindest für Ausländer aufgehoben worden ist. Wir sind überzeugt, dass durch die Doppelbesteuerungsabkommen eine Riesengefahr besteht, dass das Bankgeheimnis auch für Inländer aufgehoben werden wird. Wir stimmen gegen diese Gesetzesvorlage, weil das Bankgeheimnis ein Grundrecht der Österreicher bleiben muss. Danke. Zum Wort gemeldet ist die Frau Bundesrätin Elisabeth Kreiderer. Bitte, Frau Kollegin.